was geht youtube und herzlich willkommen hier zu einem neuen video heute machen wir eine challenge gabriel gegen kolja uffi tv und gegen guffi tv und werden die ersten drei sekunden eines liedes abgespielt und wir müssen erraten um welchen song ist sich dabei handelt der gewinner bekommt ein gönner von monte höchstpersönlich kurs monte let it start auf 2017 angelehnt so einer auf 2017 angelehnt wenn die das so damals immer so richtig richtig dann beginnt er zu tanzen äh no role models von j cole richtig haben bild von candy klammer richtig ach so doch ja ich habe einfach nur genommen habe ich jetzt die chance das ist die chance rat von haftbefehl richtig fucking me baby king von baby king richtig boah boah ich kenne das nicht ein lieber ich kenne das nicht ich habe von jemandem gehört noch nie ein lieber noch nie bei nacht ja ich kenne das nicht du kennst nicht ein lieber bei nacht ich kenne ein lieber nicht ich habe ich weiß ihr hört das ganze bei kindern im auto aber ich kenne das nicht 3 3 was ist das drake rihanna 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 work oh mein gott feed feature wer ist das feature drauf das lied ist von rihanna sie ist die interpretin ja und wer ist das feature drauf drake ja korrekt korrekt ich weiß es ich weiß es ich kenne das summerjam von summerjam und luciano korrekt nächste song i wish everything i touch would turn in a licht shot of low von energy chopper richtig wollt ihr weiterhauen ist das nicht der gu 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 gaga oder nicht nein wollt ihr noch 3 sekunden ja californien girls von taylor swift was ist das was spielst du da ab digga falsch was ist das california girls von katy perry oh mein gott was spielst du da ab digga ich dachte rap das sind songs die man kennt hast du gesagt nicht nur rap ich habe es gesagt er hat mir auch gesagt ich hoffe aufs nicht mehr rap drin er hat mir auch vorhin gesagt ich hoffe aufs nicht mehr rap drin na dann godspin von drake richtig ich weiß es aber weißt du hotline blinken von drake hast du gerade alle drake songs also wenn du so mehrere interpreten hintereinander hast du kannst du ich habe schaffel jetzt an mit 069 von hot buffet richtig 4 wer hat gefurzt wer hat gefurzt wer hat gefurzt das bleibt so drin es hat keiner geredet die ich dachte mehr ich hatte das ehren das bleibt das bleibt ich würde sagen es gab zuerst gegrappt sagen wir gleichzeitig nein perfekt äh happy for foray william ja richtig ähm hotel lobby von äh quavo und äh take off 7,5 was für 7,5 was für 7,5 richtig auf einen ja ja aber stopp gesagt von udo jürgens stopp gesagt ja eh die punkte würde ich ihm trotzdem geben nein weil äh du hast gesagt 7,5 ja aber jetzt ist 7,6 und jetzt ist 7,7 ja aber ich finde das zählt nicht ich finde das zählt natürlich finde ich so das zählt so ist immer für ihn er hat gegrappt und nach dessen gesagt stopp beim grabben nein er hat gesagt warte mal stopp damit ich nicht nehme und dann hat er erkannt nein weil ich das noch in der hand hatte ja ja so 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 und was ist das für ein lied kennst du es nicht nein wer kennt das weiß nicht äh röller von apache 207 richtig 1738 born 3 2 1 Felly WAP Und wie ist der Titel? Hast du nicht gestimmt? Nein. Oh! Ja, Baby! 3, 2, 1... Hello! Es ist Trap Queen von Fatty War. Man, fuck! Was ist los, Carl? Irgendwas von Liliardi. Liliardi ist das Feature. Hallo, was hast du gerade gesagt? Liliardi ist das Feature. Ich kann es jetzt auslesen. Spiel nochmal davon ab. Er hatte ja schon die Chance. Ich soll euch weiterspielen? Drei Sekunden kriegt ihr genug. Anfang klar und dann noch mal drei. Man, diese Kinder, man, talking shit. Making me feel bad. Broccoli von Liliardi und... Boah, wer ist der andere Typ? Der Songtitel über den Brechen. Broccoli. Falsch. Ich spiele. Hä? Das war Broccoli. Ich weiß auch, du wusstest nicht. Popular von The Weeknd, Madonna und... Ich spiele die Recording. Stimmt. Das ist korrekt. Beware. Mit... Von diesen einen Typen. Der Hauptinterpret reicht mir. Ich kann... Ich kenne... Aber Beware. Ja. Und mit Lil Wayne. Und noch der Chaya. Und noch einen Typen. Mit Big Sean und Gene Aiko oder so. Da bekomme ich einen halben Punkt. Ich... Ich kannte so fast die Hälfte. Wollt ihr sagen, ein Interpret reicht? Oder wollt ihr immer Feature? Der Hauptinterpret reicht. Feature. Okay. Ja, dann. Kein Punkt. Immer noch 9,9. Das war schon. Ich hab Shuffle danach angemacht. Mach dir die Musik, ist komisch. Kata bitte raufschneiden. Nein. Das ist drin. Gabriel. Tuligo. Das könnt ihr nicht reinschneiden. Das könnt ihr nicht reinschneiden. Tuligo. Ehm... Loves Sosa von Chief Keef. Richtig. Ähm... Katy Perry? 3... 2... Ist falsch. Olja? Willst du noch 3 Sekunden? Nein. Ich will nicht. Ist falsch. Nächstes Lied. Es ist Call Me Maybe von Carly Ray Jepsen. Von wem? Von Carly Ray Jepsen. Wer ist das? Wer ist das? Das ist der einzige Song von dir, den man kennt. Ja. One and One? Ja, basically. Walk It, Talk It von den Migos. Richtig. Heat Drake. Wollt ihr noch drei Sekunden? Ja, man muss ja die Hand wieder weg. Oh, genommen! Pharrell Williams. This is the... Ich weiß nicht. Skipp. Keine Ahnung. Uptown Funk von Bruno Mars. All I want from Christmas. All I want from Mariah Carey. Ah! Nochmal der Titel bitte. All I want from Christmas is you. Ja, okay. 10. Es sind dann... 12 zu 10. Weißt du was ich dachte? Was ist dieser... Dieser... Dieser Wecker-Ding-Ding-Ding-Ding. Wake up! In the morning. Sky von Playboy Carly. Kannst du die Flasche wiedergeben? Man! Egal! Der Kampf um die Flasche zählt. Aha! Und vorher? Und vorher? Was? Vorher hat er gesagt... Ja du hast sie umgeschubst. Nicht einfach genommen. Ja du hast sie trotzdem als erstes. Manchester von Reezy. Richtig. Jay... Von... Meadow? Ja. Ähm... Fien... äh... Richtig. Richtig. Wer war? Wir sagen es gemeinsam. Sagt es auf drei. Eins. Zwei. Drei. Ja! Drei. Naja es ist auf jeden Fall Baby Key. Mhm. Ja. Mhm. Und Kendrick Lamar. Und jetzt auf drei sagen wir das Lied. Drei. Warte. Nein sag es eins, zwei, drei. Komm du sagst eins, zwei, drei und wir sagen es. Eins, zwei, drei. Ich kenn es nicht. Ich kenn den Text. Drei. Family Ties. Zeig ich doch. Beide. Ich will nicht einfach Punkt für Kolja. Bro, du bist der Game Master. Du... Ihr hattet eigentlich Punkt für Kolja. Ja danke, dass du mir einen Punkt gibst. Aber ich hattet ja die Flasche hin an. Ich hab ja echt gesandt. Nächster Song jetzt. Ich hab die Flasche hin an. Ah. Freestyle von Lil Baby. Ja, ich weiß, ich weiß schon. Ja, irgendwas Deutsch. Äh. Klanger Carbon von Oeste. Nein. Nein. Love Camorra ohne My Team. Nein. Das ist nicht. Ich hab nichts zu tun. Ah, Shake It Off von Taylor Swift. Richtig cool, ja. Punkt an Gabriel. Richtig cool, ja. Punkt an Gabriel. Der war gut, der war gut. Billie Jean von Michael Myers. Michael Myers, ja. Der bleibt nur noch einen Song. Das ist der Finale. Okay. Ross Millions. Body. Yes. Sarapercetiamo. Von dem italienischen Typ. Soll ich wissen, wie dieses Lied heißt? Ich weiß nicht, wie es heißt. Was soll eigentlich das sein? Es ist von Ricci Epoverio oder so. Ach so, stimmt. Geh mal hier rein. Ehrlich Kuss. Danke für die, für die. Okay. Kennt ihr eigentlich den Gönnerdienst-Song von unseren Kater? Irgendwo hier ist der Song eingewählt. Checkt auf unsere Kater ab. Abonniert den Kanal. Checkt unsere vorherigen Videos ab. Das war's mit dem Video. Checkt alle unsere Social Links ab in der Videobeschreibung. Ciao.